Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video Warwings! Heute nicht alleine! Heute mit dem Mr. Web! Servus! Ihr kennt ihn aus anderen Videos von mir, wo er noch Shadow hieß. Und ihr könnt ihn übrigens auch mal auf YouTube suchen und ihn auch mal auschecken. Wohl gemerkt, nicht meinen allerersten Kanal. Nicht vergessen, das ist mein dritter Kanal. Mein erster Kanal hieß D-Cooper93, mein zweiter Kanal hieß Shadow, mein dritter Kanal hieß Z-Messur. Ich habe jetzt schon eher drei Kanäle, weil meine Mutter mir meinen ersten Z-Messur hat. Und den dritten hat sie mir wirklich erlaubt. Und wir spielen mit einer Challenge und zwar Bewegungssteuerung. Boah, ich komme jetzt schon nicht damit. Ah, nein, nein! Verdammt, ich muss mein Handy ausstecken. Verdammt, ich habe mein Handy falsch gehalten beim Start. Ah, es ist eine schwere Challenge. Das machen wir jetzt, glaube ich, beim ganzen Spiel, oder? Ne, wir machen das nicht. Doch, doch, weil das ist eine Challenge. Ah, scheiße, ich kann noch nicht einmal! Ich kann nicht einmal so ein Speicher, dass ich treffe! Ah, ja, ich kann gut rammeln! Ja, ich... Ja, ich... Alle Flügel, mein vorderer... Äh, mein vorderer... Ein vorderer Spitze aus mein Heck waren verplägt und waren mein Tod angezeigt. Du musst dir mal vorstellen, was ich hatte! Ich habe es noch nicht erlebt, Kappt... Ach, das ist Leitung! Ja, ich habe es noch nicht erlebt, Kappt, dass... Dann hat sich dein Fahrzeug gestört! Ja, ich habe es noch nicht erlebt, Kappt, dass mein ganzes Fahrzeug, alles bis auf der rechte Flügel, war komplett zerstört! Der rechte Flügel war nur beschädigt! Ja, beschädigt! Und ich habe das Match die ganze Zeit so geflogen und habe es überlebt! Nein, ich kann... Du musst von Anfang an richtig halten, sonst kannst du das nicht machen! Ich kann jetzt nicht richtig spielen, deshalb... Das heißt, ich muss... Ich weiß, was ich mache jetzt los! Äh... Ich bin so oder so gestorben, zu viel Schaden! So, jetzt normal halten, dass ich ein bisschen mit der Bewegung steuern klarkomme! Jetzt machen wir jetzt das ganze Video über so... Ja... Ja... Das ist ein nerviges... Das ist nervig! Aber ich... Ich habe... Heimlich am Wochenende kurz mitgeübt! Ich ziehe runtergeschossen! Hey, aber so kann man viel besser hochziehen! Wuhuu! 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 Boah, Alter! Das ist doch ein Platz, das ist so ein Wichtigter Pilot! Wuhuu! 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 Hautweichen! Wuhuu! Wuhuu! Scheiße, ich habe denn jetzt durch mein Ausweichen fast gerammt! Rammen wollte ich ihn jetzt nicht! Ich wollte dann jetzt... Übrigens, bei mir auf meinem Kanal könntest du gar nicht spontan schreiben, wenn ich ihn grüßen werden soll! Alter! Hast du gerade... Alter! Oh, ne! Ne, du hast es nicht... Oh, ne! Oh, hallo! Hallo! Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo er ist! Jetzt weiß ich nämlich, welcher Fall er ist! Ein sehr gut Typ, der mich getötet hat! Oh, ne! Ich fall gleich 100! Ey, die schießen's! Du hast mich gerade, ey, beschossen! Also fast beschossen! Ja, sogar mein Flügel! Du hast ihn kaputt gemacht! Ey, du hast dich nicht kaputt gemacht! Ey, du hast dich nicht kaputt gemacht! Ich hab eigentlich den meisten Schaden bekommen, ne? Ey, den meisten Schaden gemacht! Okay, warte! Hä? Du hast noch zwei... Oder warte mal, was du willst machen? Zwei Kills noch oder was? Äh, ja, zwei Kills! Warte, das Team muss zwei Kills noch machen! Alter! Das ist voll nervig, das ist die Steuerung! Aber wenn man ausweicht nach rechts, dann kann man besser nach rechts fliegen und wenn man nach links ausweicht, kann man besser nach links fliegen! Ich kann damit viel besser hochziehen mit der Steuerung! Aber das wird keine langzeitige Steuerung! Du musst übrigens Schub mal mitmachen beim Fliegen, dass du schnell warst! Oder auch das... Langsamer, wenn du irgendwie wendest oder so! Weil dann machst du da... Fliegst du dann schneller! Alter! Okay, es ist gewonnen! Aber manchmal, glaube ich, doch, wir machen diese Challenge nur für diesen Einkampf! Das ist krass! Das ist krass! Ne... Was gut ist? Ne... Falscher Flieger! Dann kurie ich mal ganz kurz nach dem Flugzeug... auch und... erstes Mal muss ich hier in den Einstellungen die Steuerung ändern! Das ist krank! Ja... Ja, dann beeil dich! Hm... Nicht aufbereit! Nein! Nicht aufbereit! Bestätigen! Du wurdest jetzt auch rausgeschmissen, oder? Ja, du hättest einfach auf dein... 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 Ich weiß! Ich hätte einfach... Nee, nee! Du kannst da... Du kannst da einfach die... Nee, da kannst du nicht einfach die Steuerung ändern! Hä? Achso! Bei mir ist automatisch virtuelles Kontrollpad wieder eingegeben! Warte, ich geh mal ganz kurz in die Forschung! Äh... Ich schließe mal bitte schon einen Game... Ein Gamepad an! Äh... Weiß ich selber nicht! Frag mich was anderes! Okay! Ähm... Wie schließe man da ein Gamepad an? Wie schließe man da ein Gamepad an? Äh... Nee, 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 nee! Weißt du, wie man einen Gamepad anschließt? Ich hab dich was anderes gefragt! Das war ein anderer Satz! Das war eigentlich genau dasselbe! Nee, ich hab den doch nicht gesehen! Okay, was ist sogar noch... Kann man, wenn der Aufnahme futtert? Nein! Jetzt nicht! Nein! Nein! Später essen wir extra... Äh... Wie heißt es? Nimm den Keks! Mach's dir schon bequem! Lala! Jaaa! 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 Schön, dass du es entziert hast! Pipi! Es gibt danach nämlich noch Softcals! Ui! Also nicht Snaschen! Snackbox! Nee! Nicht Fernaufnahme! Nein! Nein! Also ich geh jetzt mal, ne? Äh... Nicht zu lange geh, weil... Ja... Habt mich nicht so viel Zeit jetzt gerade... Wird doch! Der Kampf wird noch! Der Kampf wird noch und dann... Aber du kannst dich jetzt übrigens so einsetzen, wie du fallen wolltest! Ah, ja stimmt! Hehehe! Oh, so entspannend! So... So kann ich eigentlich gar nicht... Das ist grad ziemlich perverses... Das ist grad ziemlich perverses... So wie du es fass... Äh, ja... Hoffentlich ist es kein Copyright, ne? Was? Was? So... Also... Hopp! Hopp! Na... Wegen meinen... Hopp! Wir ergreifen immer dasselbe Ziel, aaah... Und wir... Und wir schützen uns einfach die ganze Zeit, oder? Alles klar! Oh mein Gott! Der Einflug ist geschädigt! Der Motor ist komplett rot! Der... Äh, wenn Motor rot ist, kann es sein, dass der Motor explodiert! Der Schub kannst du nicht machen, wenn er rot ist! Äh, mach doch nicht! Na, das kann sein, wenn du den Schießbutton mitbrückst, lau-zus-linden! Umdrehen! Äh, ach so, da oben ist der Gegner! Ach, das ist der Typ, der mich getötet hat! Der gehört mir! Ja, ich weiß! Die nehmen selten die Leute auf! Alles klar! Umdrehen! Und Schub geben! Ja! Meine Flügel... Meine Flügel... Meine Flügel waren beschädigt! Oh, bitte nicht auf den Bodengang! Ah! Ich bin auf den Boden geracht! Wieso? Wieso fliege ich so die... Aber wir haben gewonnen! Alles klar! Und du warst wieder der Schlechteste! Was sind die dafür, wenige Spieler seit... ...gestern habe! Hallo, ich war bei meinen allerersten Match-MVP! Ich habe alle Kills bis auf einen Kill gemacht! Diesen einen Kill habe ich nur Assist bekommen! Weil der mir im allerletzten Moment weggeschnappt wurde! Weil unbedingt jemand auf Kamikaze machen musste! Genau! Den einfach... Den anderen einfach machen lassen! Oder den letzten Schuss machen! Naja, er hätte den letzten Schuss gemacht! Dann gemacht! Der ist neigeflogen! Deswegen habe ich gesagt Kamikaze! Der ist neigeflogen! Der ist auch noch Attentäter! Ja! Der ist einfach neigeflogen und... Er hat einfach dafür gesorgt, dass der Motor vom anderen explodiert! Er dachte ich wahrscheinlich so! Ach! Ja! Aber das war es jetzt leider mit diesem Video! Ich hoffe es hat euch gefallen und... 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 Das nicht vergessen! Genau! Und mein Kanal ist besser! Äh... Beb! Ganz kurz! Ganz ehrlich! Okay, ganz ehrlich! Muss man nicht unbedingt sagen! Ja, das ist ein Aufnahmeprogramm! Äh... Das ist nicht einmal ein Aufnahmeprogramm! Das ist mein Handy selbst! Aber gut! Also... Man zieht sich!